Die Weinlaube Ursprünglich war hier eine romanische Weinlaube, die um 1890 vom chinesischen Babylon ersetzt wurde. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel und bietet den Besuchern sowohl Schatten, einen luftigen Aussichtsplatz, als auch einen Blick direkt auf die Stallbastei und auf die darunterliegende Altstadt Graz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017